Musik Ein neuer Kita, ein neues Glück. Hallo liebe Modellbau-Community, ich bin Herr Aschi vom Modellbau-Club, die Steirer und seht mal was ich euch heute zeigen kann. Das Space Shuttle in 1 zu 72, ein alter Bekannter von der Firma Revell. Der Bausatz ist bereits 1979 als Formenneuheit erschienen. Es hat dann 88 neue Details, also neue Decals gegeben. 2010 sind wieder mal neue Decals rausgekommen. Und so wie es ausschaut, bringt Revell den Bausatz heuer wieder auf den Markt. Wieder unverändert mit neuen Decals, soweit ich gelesen habe. Wobei das nur eine Vermutung ist, bestätigen kann ich das noch nicht. Ja, allerdings schauen wir uns den Bausatz an. Er ist zwar alt, aber es ist ein Space Shuttle und das Ganze in 1 zu 72. Also sprich, kurzum, das Ding ist einfach nicht klein. Schauen wir uns das genau einmal an. Man lernt schon, die Schachtel ist ein riesen Ding. So könnte das dann ausschauen. So klassisch wie ein Space Shuttle. Das hat ja nicht besonders viel Farbe gehabt. Drinnen haben wir ein bisschen Transportgut. Zwei Figuren sind dabei. Man kann auch das Dach vom Cockpit runternehmen, dass man da reinschauen kann. So, was haben wir da noch? Da haben wir auch noch ein paar Bilder. Man kann das natürlich offen gestalten, dass man da das Ladegut sehen kann. So, und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Ich werde dir jetzt einfach mal die Sachen herschlichten. Hier seht ihr schon, wie ich bereits gesagt habe, das ist wirklich nicht klein. Das ist ein großes Ding. Vielleicht ein bisschen zum Space Shuttle. Das Space Shuttle ist eigentlich die einzige wirkliche Raumfähre, die es bis dato gegeben hat. Entwickelt ist das Ding geworden in den 70ern von der NASA. 2011 war der letzte Flug. Und zwar, um genau zu sein, nach 135 Flügen ist das Space Shuttle Atlantis am 21. Juli 2011 zum letzten Mal zurückgekommen. Und danach ist das Programm eingestellt worden. Ist nicht so ganz aufgegangen, wie sich das damals die Menschen erwartet haben. Aber, nichtsdestotrotz, ein wichtiger Schritt in der Raumfahrt, dass man das einmal probiert hat. Was ist noch interessant zu sagen, es hat ein Test Shuttle gegeben, das hat den Namen Enterprise gekriegt. Ist allerdings nur in der Erdatmosphäre unterwegs gewesen, eben weil sie nur Flugtests damit gemacht haben. Fünf Shuttles waren im Weltraumeinsatz. Eben die Columbia, die Challenger, die Discovery, die Atlantis und die Endeavor. 28. Jänner 1986 war ein schwerer Startunfall. Also während dem Startvorgang hat es da vor dem Start schon Temperaturprobleme gegeben. Und da ist dann das Shuttle Challenger mit Besatzung verloren gegangen. Und am 1. Februar 2003 hat es einen Unfall beim Wiedereintritt gegeben. Da ist das Shuttle Columbia mit Besatzung verloren gegangen. Und ansonsten die restlichen drei der fünf, also plus des Test Shuttle, sind in Museen mittlerweile ausgestellt und eben nicht mehr im aktiven Einsatz. Spannend, durch die technische Entwicklung im Laufe der Zeit, sind nicht alle fünf Shuttles baugleich. Also es gibt da teilweise Unterschiede, vor allem auch bei der Ausrüstung. Es ist da einiges nachgebessert worden, logischerweise immer auf den Stand der Technik hintrimmt worden. Und da sollte man sich, je nachdem welches man bauen will, das genau anschauen per Fotos. Vielleicht gehen wir gleich darauf ein. Wir haben da den Dickelbogen dazu. Und zwar, wir sehen da, wir können vier Varianten bauen. Die Endeavor, die Atlantis, die Discovery und die Columbia. Mein Bausatz ist schon ein bisschen älter, also ich habe den schon relativ lang ins Haus. Dementsprechend ist der Bogen ein bisschen vergilbt. Ich weiß nicht, inwieweit man das im Video sieht, aber der ist von 2001 noch. Hier am Dickelbogen sieht man, das ist eine Revelle Monogramm Produktion, das Ding. Dementsprechend aber eigentlich ein übersichtlicher Dickelbogen. Da ist nicht sonderlich viel zu machen. Angeblich soll es ja mit einem neuen Bausatz dann erweitert werden. Keine Ahnung, inwieweit der dann dort ausschaut. Mal schauen. Aber ich glaube, all zu viel Unterschied wird es auch nicht geben. So. Was noch spannend war vielleicht auch zu Anfang, bei dem Kit, den ich da damals gekauft habe, war das da als Special dabei. Das ist ein Patch von einer Mission von der NASA. Finde ja ein lustiges, lustiges Beiwerk. So, haben wir das auch erwähnt. Gut, dann schauen wir uns einmal die Bauteile an. Das räumen wir mal dabei wieder zur Seite. So, fangen wir mal mit so einer Rumpfhälfte an. Nehmen wir gleich die da. Also, wie ihr seht, das Ding ist echt groß. Also, der ist wirklich groß. Wir messen das einmal ab. Da passt mir sogar das Lineal nicht mehr. Was haben wir da? Von da nach da sind wir da bei 38 cm. Dann können wir da noch 8 cm dazurechnen. Sind wir bei 46 cm. Da hinten können wir noch ein bisschen was dazurechnen. So circa 10 cm. Sind wir auch circa bei 56 cm Länge von dem kompletten Shuttle. Also wirklich ein riesiges Teil. Wir sehen da schön die Oberfläche. Und zwar, das ist ja mit Kacheln bestückt. Und wir sehen da hervorstehend diese Gravur. Also Gravur ist es nicht. Wie soll ich sagen? Diese erhabenen Stellen eben. Wo man dann diesen Kachelverbund simulieren kann. Da sehen wir schön die Cockpit-Fenstern. Wobei das Cockpit verglast ist. Und zwar mit getönten Glas. Also sprich, da werden wir nicht viel rein sehen. Wobei, ich denke eben über diese abnehmbare Variante gibt es da dann doch einiges noch zum reingucken. Da sehen wir eh schon, das ist dann der Cockpit-Bereich. Die vier Sitzplätze. Da hinten sind eh schon die Sitz. Da haben wir noch die Triebwerke hinten. Das schaut gar nicht so schlecht aus eigentlich. Auch mit dem angegossenen Schlauch da. Das wirkt schon okay. Dann haben wir da das große Segment. Das ist die Aufnahme für das Frachtgut. Das schaut dann so aus, innen. Also das ist die Sichtseite. Dann haben wir da noch die Abdeckungen hinten. Das ist, da kommen die ganzen Schubdüsen drauf. Vielleicht messen wir uns das da noch aus. Das ist ja ein Riesenbauteil eigentlich. So, was haben wir da? Ja, da sind wir ca. bei 8 cm. Da oben knapp über 10. Da haben wir im Vergleich eine 1,72er Figur. Das ist einer für innen, ohne Raumanzug. Das wäre dann eben die eine Hälfte des Rumpfes. Und jetzt schauen wir uns die zweite auch noch an. So, da haben wir dann die zweite Hälfte. Im Prinzip gleich wie vorher. Ich denke noch einmal auf der anderen Seite. Dann haben wir da noch die Klappen. Die Abdeckung für oben. Da haben wir auch einen Astronauten drauf. Wir schauen uns das da im Detail an. So, da ist unser Astronauten, den man dann im geöffneten Zustand drauf geben kann. Da sind noch weitere Düsen. Da ist unsere Abdeckung vom Cockpit. Und auch hier sehen wir schön diese Struktur, die sich über die ganze Oberfläche von dem Space Shuttle vorzieht. Schaut nicht so verkehrt aus. Da kann man sicher bemalungstechnisch einiges rausholen. So, dann schauen wir uns die Flügel an. Beginnen wir vielleicht unten. Das ist das einfachere Teil. Das sind dann die Flügel. Das sind ja relativ kurz. Weil Space Shuttle muss im Prinzip, wenn es einmal im All ist und dann heimkehrt, muss er sich nur mehr heimgleiten. Auch die Flügel haben auf der Unterseite diese Kachelstruktur, die man dann dementsprechend rausmalen kann. Das sieht man da auch relativ schön. Also das komplette Ding ist voll mit diesen erhabenen Stellen. Der Guss selber schaut von damals eigentlich nicht so verkehrt aus. Und da sehe ich soweit sonst eigentlich keine Probleme beim Verbauen. Es sind große Bauteile. Was haben wir da? Wenn wir uns das anschauen. So, wir kommen hier auf ca. 33 cm Flügelspannweite. Da haben wir dann noch das Oberteil von den Flügeln. Auch wieder mit Gravuren versehen. Ich schau uns das noch einmal im Detail da an. Also wie ich jetzt eh schon oft gesagt habe, das zieht sich eben über das gesamte Modell drüber. Zusätzlich auf dem Spritzling ist das Fahrwerk noch drauf. Ja, das wirkt ehrlich gesagt ein bisschen grob. Vor allem die Stellen da. Da könnte man sich echt überlegen, ob man da was Alternatives dafür nutzt. So, das ist dann dieser Bereich. Und dann kommen wir eigentlich zu den kleineren Spritzlingen. So, fangen wir mit diesen zwei Spritzlingen an. Das sind dann wieder Teile vom Fahrwerk, beziehungsweise da sind die Reifen drauf. Wobei die hat man eh nur zum Ausrollen dann braucht. Beziehungsweise hat das Ding ja Bremsfallschirme gehabt. Ja, Standardreifen. Also da hält sich der Detail gerade in Grenzen. Da haben wir einen ähnlichen Spritzling. Auch hier gleich wie vorher. So, was haben wir da noch? Hier haben wir jetzt das Ladegut. Eben die Teile von Satelliten sind das glaube ich. Beziehungsweise irgendein Modul wird da dargestellt. Schauen wir uns das noch im Detail an. Und es schaut jetzt so schlecht aus. Und eins muss man wirklich fairerweise sagen, Detailwunder ist es keins. Wobei ich aber nach wie vor spannend finde, wenn man denkt, wie alt dieser Bausatz ist. Für das, sage ich mal, ist die Spritzgussform also eigentlich echt gut beieinander. Ich meine sicher, auch da sieht man es gut, dass es in manchen Bereichen eben, so wie das da da, das ist dann schon, ja, relativ grob das Ganze. Also da gäbe es schon Potenzial, dass man das gegen andere Teile noch austauscht. Aber im Großen und Ganzen, ja, sind wir sehr erwarten von so einem Bausatz wie so einem Alter. Ich hoffe, er passt halbwegs. Dürfte aber nicht so schlecht sein, was man so auf den ersten Blick sieht. Ich glaube, das kann man relativ gut verschleifen. Wobei, bei den erhabenen Stellen, das könnte ein bisschen problematisch werden. Da muss man schauen. Aber ansonsten, ich meine, wie gesagt, das ist ein Space Shuttle in 1,72. Ich meine, allein das ist ja schon cool. Hier haben wir noch die Klarteile. Wie gesagt, die sind von Haus aus schon ein bisschen gedönt. Das finde ich recht toll. Und ich glaube, das wird einen guten Effekt machen. Wenn reinsehen, tut man halt in das Ding wirklich nicht viel. Aber das ist halt so. Das ist in echt auch so. So. Schauen wir uns die Bauanleitung an. Da sieht man eigentlich wieder schön, das erinnert echt stark an eine Monogramm-Bauanleitung, was es ja vermutlich ist. Wobei diese Kombination Revell-Monogramm, auf das wir jetzt gar nicht näher eingehen. Auf jeden Fall. Wir bauen da, wir bauen das Cockpit zusammen. Da sind nur die vier Sessel, ein Instrumentenbrett vorne. Da kann man eben diese Techniker-Figur reinstellen. Dann haben wir rechts und links noch ein paar Konsolen. Allzlang braucht man sich mit dem nicht aufhalten, weil, wie gesagt, man sieht es nicht. Wenn man das oben nicht abklappbar macht, also abnehmbar macht, dann sieht man da sowieso fast nichts. Dann haben wir da eben diese Cargo-Bay, also sprich der Transportbereich für das Ladegut. Das ist das große Bautil, das ich vorgezeigt habe. Da unten kommt noch in die Nase ein Fahrwerk rein. Panel kommt da noch rein. Die Scheiben werden da schon reinverklebt. Dann wird das Cockpit in die Rumpfhälften eingesetzt, wie auch die Cargo-Bay logischerweise die Rumpfhälften miteinander verklebt. Da muss man dann eben schauen, wie gesagt, man hat halt quer drüber dann da diese Trennaht. Das wird halt spannend werden zum Verspachteln. Wenn wir uns das dann noch einmal im Detail anschauen, haben wir da genau da drüber eben diese erhabenen Stellen, von denen ich vorher schon die ganze Zeit gesprochen habe, also da. Und ja, da muss man dann halt aufpassen beim Schleifen. Also wenn ich die da vorne an der Nase wegschleife, dann wirkt das einfach nicht gut. Ja, muss man sich anschauen. Aber theoretisch sollte es einen davon auch nicht abhalten, das Ding zu bauen. Gut. Wie gehen wir da weiter? Da montieren wir die Türen. Da fangen wir schon an mit dem Heck. Das ist dann dieses Space Lab, nennen sie es da. Also sprich, ein Weltraumlabor mit einer Airlock. also die Luftschleuse, Druckschleuse und das ist dann als Transport gut gedacht. Alternativ haben wir, oder alternativ zusätzlich haben wir da ein Teleskop. Da müssen wir das Ladegut drauf bauen. Wie geht es da weiter? Ja, da kommt dann das Ladegut eben in den Bereich rein. Da haben wir diesen Arm. Das ist dann dieser Auslegearm, den man da ausklappen kann theoretisch und dann so ähnlich wie im Schachtelbild auch einen Astronaut montieren kann. Da muss man unter Umständen dann eben selber auch ein bisschen was umbauen. Dann haben wir da schon hinten die Engine drauf, also sprich, die ganzen Antriebsteile. Da wird das Bautil dafür zusammengebaut. Da kommen die schon rauf. Da muss man auch schön schauen, dass man das schön verschleift und verspachtelt bei den Antrieben. Weil da auch eben quer drüber wieder die Naht ist. Und ja, da werden die Flügel schon vorbereitet, Ober- und Unterteil miteinander vereint. Da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Und da kommt der Astronaut dazu, der Deckel eben oben drauf. Das ist dann eben optional, hat man das Ganze einsetzt. Dann haben wir eben Fahrwerk, wenn man es einsetzen will. Entweder man bauten fliegend oder stehend. Das kann man sich da auch aussuchen. und das war es dann eigentlich schon. Dann sind wir da schon bei der Bemalung beziehungsweise bei den Decals. Und das haben wir da noch. Genau, von der Seite her das Ganze noch. Und wir sind schon durch mit dem Ding. Fazit, es ist ein alter Bausatz. Man sollte sich da nicht zu viel erwarten. Sonst wird man unter Umständen enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein richtig cooler Bausatz. Es ist ein Space Shuttle in einem richtig großen Maßstab. Man muss allerdings den Platz dafür haben. Das muss man gleich vorweg bedenken, weil es wird viel Platz einnehmen, wie wir da schon sehen. Aber es ist ein Space Shuttle in 1,72. Und auch wenn das ein alter Bausatz ist, das ist eine coole Sache. Ich bin gespannt, zu welchem Preis Revell das Ganze dann wieder am Markt bringt. Ich hoffe, es wird auch überschaubar enden wieder. und für alle Weltraum-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung, dass man sich das in der Größe für zu Hause zulegt. Weil die meisten Bausätze von einem Space Shuttle siedeln sie eher so in 1,144 an. Und von dem Aspekt her ist das schon eine richtig coole Sache. Gut, das war es dann schon mit unserer Besprechung. In diesem Fall was sage ich euch, in diesem Fall das Hitzeschild steh euch bei. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.